Oh mein Gott Kiefer! Ach hier! Oh, Lachs! Pimmelt ihr rum? Ich pimmel da hinten herum. Alter, das ist nur ne Miene voller mit Lava! Das ist ja voll beknattert! Was? Das ist was? Beknattert? Beknattert. Wo kommst du denn her? Aus Deutschland. Beknattert. Sagt mal sowas heute. Oh Mann, das ist ja alles beknattert. Ey, so was ein Wort. Oh, Wasser, Wasser, unsere... Alter, wie viel Gold hier ist? WTF, kommt mal her? Nein! Jupp, und... Das war's mal wieder mit, wir kommen mal, ne? Nein! Nein! Oh, gut, 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 gut. Kann man's Lashback machen? Scheiße. Die Lava wurde etwas gestoppt. Guck mal, vielleicht findet ihr ja meine Sachen. Ich hab' keinen Bock mehr. Wir wissen nicht, wo du direkt bist. Soll ich dich dir fehlen? Warte. Nein, bevor du's verkehrt eingibst. Dann land ich bei dir. Warte. Ich mach' schon richtig. Welchen Namen machst du zuerst? Warte, ich drück' Enter. Was, welchen Namen ich zuerst hab'? Zwenkel. Nein, ich will nicht zu dir. Warte. Zwenkel. Was, ich hör' dich nicht. Ich will nicht zu dir, du musst dein Name zuerst machen. Warte, ich mach' jetzt Enter, okay? Ich geh' auch. Ich geh' kurz raus, auf's Screen. Nein, Spaß. Okay, TP mich. Nö. Laufen. Wir schieten mich. Leute, wenn ihr auf Server kommt, einmal mal Sven schlagen. Nein. Da. Da. Das, wenn du brauchst, die Schläge abends zu machen. Okay. TP. TP. Der Becken noch der Teut. Stahlhahn. Er wollte nicht mehr. Du? Hallo? Jetzt such deine Sachen. Weil ich hab's so nett. Achtung. Das war doch hier. Wir brauchen einen Eimer. Wir brauchen einen Eimer. Hui. Dann ging's hier. Dann ging's hier. Dann ging's hier. Dann ging's hier. Ich hab'n Eimer. Ja. Nimm das Wasser mit. Ja, warte. Mach' ich auch immer. Boah. Meine Sachen sind all the way. Mit explodiert? Was? Denk. Uh. Rettgestöhne. Boah, ist hier viel Gold. Boah, ich seh meine Sachen gerade drin sammeln sie trotzdem auf. Ehrlich, mach' mal was. Das ist ein Bug. Lock dich ein aus und siehst du wieder. Ausloggen. Boah, wie viel Gold ist da? Doppel. Doppel. Oder was? Ne. Gold. Leute, ich hab' hier 60. Kommt mal zu mir. Bei mir ist kein Queeper mehr. Ich hab' schon geguckt. Jetzt gleich, wenn wir kommen. Boom. Boah, nicht schon wieder Lava. Boah, die Lava regt auf. Peter, kommst du? Nein, noch ein Creeper! Ich rette dich. Ich rette dich. Ich rette dich nicht, aber egal. Hey, wo denn? Ah, wo denn? Der ist weg. Der ist weg. Guck mal, guck mal, wie viel Gold. Guck mal, wie viel Red gestöhnt. Der ist weg, der ist tot. Wo ist denn der Creeper? Der ist weg, der ist weg. Der ist weg, der ist weg. Warum ist denn hier die Brücke mal, äh, die Treppe mal? Ja, weil ich vielleicht explodiert bin. Was? Seit wann kannst du explodieren? Tja. Diamant, 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 Diamant. Ja, aber ich will das erst mit dem Ding erbauen, ne? Mit einer Eisenhacke. Nö. Der will das echt mit Saul sein zumachen, ne? Was soll denn denn da antworten? Das sind schon wieder abgekrieft. Sehr. Ich hab schon über ein Steck Kohle. Ja, ich hör mal zu. Wir brauchen nämlich einen Wassereimer. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Wenn bleibt mal bei mir. Ich weiß ja nicht, wo ihr seid. Ich hab jetzt so eine notgeile rettende Lösung. Da hab es da zu lieb. Hast du Holz? Nein. Ich hab Holz. Okay, gib mir mal. Der weiß ja nicht, wo wir sind. Ach. Er kann mich verlaufen. Nein, hast du nicht. Bist du beknattert? Beknattert, Fischkopf. ちょっと Informator. He doowe. Da hab ich schön. Mit kommt was. Die complimentary und das waren die Begründung, die ihr lieben. Unterweise haben wir dann ein Feld eingebaut und ein Feld, dass ihn ich habe. ich habe schon ein Eisen ich habe auch schon ein Eisen warte ich sicher darunter ab damit auch keine Lava ist also wird stirbt da ihr seid so Drecksache ihr wisst ihr das das war mein Eisen meine Kohlungserreis genommen hat er ich habe da ein paar reingelegt wo geht's Loll her wo bin ich denn oh hallo Vita ich wollte wieder gerade im Zusammensauen warum baut der Diamant ab bist du beknattert Junge jetzt macht euch nicht so sicherlich ja ich bin das göttlich dieses Wort der Drecksache hat mein Diamant geklaut klau ich das jetzt das Eisen seid ihr beknattert mein Eisen mein Winter Vita geh weg du bist beknattert jetzt mach dich nicht lustig Sonst gibt's Popo Haue das willst du ja nicht Nein das will ich wirklich nicht Oh stimmt jetzt kann ich auch das Gold abkramen und auch das äh Redstone ja das nein das Redgestone ist mir hä wo hä wo warnt es ach hier hey den Ofen Eisen das ist meins oh ich hab's jetzt genommen ja warum versteckst du den Ofen so weil ihr nehmt Nein Prozent 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 die Erwärmste Prozent eine die Stück 10 910 Prozent Paulusia Prozent 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 Ha 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 ich hab ich hab zwei Stück Prozent Prozent Teil und sieben ja ich glaube doch das kann er sich nicht ausgleichen durch kann auch den Ofen zerstören Prozent und gehalten er hat dann alles aus dem Ofen gebrobt der Kerl auch die ganze 1 ja Leute wir haben noch eh einen Dingbuchs zusammen wo seid ihr denn? ach so hallo also ich hab ganz schön viel Rettgestöhne Leute ihr müsst euch mal so fett machen hey seid ihr beknottert? ihr seid so beknottert ey ihr schnackt das Wort Überschrift auf Video beknottert da muss kack Wuli ich hab mich verlaufen Gold! Tja so beknottert da seid ihr nochmal Glück dass ich euch gefunden hab nein wir sind nur beknotterte nein okay hier ist der Kasse Gold oh jungs jetzt spielen wir mal richtig ich spiele ich meinte auch ich auch ich spiele auch richtig warum versteckst du dich dann mit so ner Kapisdownwand huch nein bin ich nicht hab ich nicht huch wie kommt die denn hierher? die hat sich schwer beknottert ich fände es langsam lächerlich ich fände es langsam lächerlich wenn du hast da aber wo ein Wort reingebracht das ist so sammelt man die netze ein also zerstört die ganze netze daraus kommen die netze die netze meine ich daraus bezeichnen ausseiten machen wir dann wollen ich habe meinen tollen weggeworfen da vorne also das mieter schon sagen davon wir wollen red stone das ist stein durch sein tut mir leid kannst du verzeihen